Ein herzliches Hallo von mir an euch! Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich bin mit Ace unterwegs und ich hab dem guten Herrn mal einfach was anderes angezogen. Also ein bisschen nimm mir dieses lila Oberteil auf den Senkel. Er ist schon wie... Sorry, Meg. Wollte dich nicht erschrecken. Ja, wir spielen Ace. Eine kranke Schwester. Ich habe unbeugsam dabei. Vielleicht gar nicht so schlecht. Sollte es eine Slugman Nurse sein? Ja gut, Meg. Nö. Ich gehe übernösen. Die City ist nämlich direkt dort hingegangen. Ist hier ein Totem? Dann machen wir den Generator. Ja, na, na, na. Oh, wie. Oh, sie wird bestimmt auch nur das Calling dabei haben. Sag ich zwar bei jeder Krankenschwester, aber bei 90% aller Krankenschwestern stimmt's ja doch einfach. Oh, guck mal die Schuhe von Dwight. Oh, die Schuhe von Dwight. Wie wär's denn mit Mitarbeiten? Dwight? Dwight, du musst mitarbeiten, nicht daneben stehen. Ja, wir kommen. Guten Morgen. Ich glaube, wir müssen zwei. Was macht der? Wir hätten schon... Wir hätten schon... Oh, Leute. Wirklich? Ich möchte nicht gegen eine Nurse... Vor einer Nurse fliehen müssen, weil das kann ich nicht. So, hier sind doch meistens Totems. Mach mal wenigstens ein Totem. Kein Totem, okay. Ah, ne, Pferdi? Wir hätten schon zwei Generatoren durchhaben können. Ich meine, ich hau auch mal rein, ja. Es ist ja nicht so, dass ich alle Skillchecks treffe, aber... Eine Nurse, die ist so schnell... So schnell bei dir. Ich hoffe, die ziehen durch. Ich hoffe, die sind nicht so Schisser wie ich und rennen weg. Die scheint aber auch noch zu jagen. Bordet sehr oft. So, das ist der Gen, wo ich mit Dwight war. Sie ist ungefähr gerade da, wo ich mit Meg war am Anfang. Hi, Meg. Hier ist es calling. Nein. Okay. Sehr gut. Oder sie ist gerade in der Jagd und wollte sich nicht ablenken lassen. Da drüben war sie. Dann kriegen wir den jetzt hier an. Ich versuche dann mal im... Im Haus den zu machen. Ich glaube... Hier spielt die Nurse noch nicht so lange. Deshalb hätten wir vielleicht Totems machen sollen. Wir hätten Totems machen sollen. Ich befürchte... Ich befürchte... Ist hier der Keller? Ja. Wenn du dich jetzt unterm Haken heilst, ist das nicht so clever. Ist das Dwight? Hat der einen Strike? Die tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, die spielt die Nurse noch nicht so lange und hat einfach einen schlechten Killertag, das gibt es tatsächlich auch, wo du einfach nichts gebacken bekommst als Killer, weil dir eventuell die Aufmerksamkeit so ein bisschen fehlt oder die Konzentration. Wurde sie jetzt geschlagen vor dem letzten Gen? Wegen Nöt und so? Ich mache schon mal kurz den Ausgang. Ziehen. Äh, die drüben haben aufgemacht, dann mache ich auch auf. Shit-y. Ist so geliehene Zeit drauf? Ich weiß es nicht, Mädchen. Ich weiß es nicht, Mädchen. Meg, jetzt... Ja, Meg, jetzt kann ich auch nicht mehr retten. Wow. Ah. Ich wollte sie abhängen gehen und direkt raus. Was wird das jetzt, Leute? Die wenigstens geliehene Zeit. Ich habe keine geliehene Zeit. Ich werde es bereuen. Ich werde es so bereuen. Ich weiß nicht, wo war der andere Ausgang. Da drüben. Ey, cool. Gerne geschehen. Wir kommen mal ein bisschen hier vor. Wenn ihr uns dort hinten umklatscht, ist nicht gut. Dann kommen wir nicht mehr raus. Ich habe es nicht bereut. Ich hatte nur ein bisschen Bedenken. Na gut. Ich glaube... Naja, egal. Ich weiß nicht, ob er raus wollte. Aber die Gefahr ist zu groß, wenn sie uns jetzt noch erwischt, dass wir vielleicht schief fallen und nicht mehr rauskommen. Wir haben sechs. Okay, die hat die Perks nur auf zwei beziehungsweise eins. Ich glaube tatsächlich, sie übt die Nurse noch. Oder er. Ich weiß es nicht. Ähm. Ja. Cool. Wir sind rausgekommen. Als Ace gegen eine Nurse. Ähm. In diesem Sinne. Ich sage einfach Tschüss. Wir sehen uns sehr gerne die nächste Folge wieder. Bleibt gesund. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen Standard. Bleibt gesund. Und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Keine Arahnung. Untertitelung des ZDF, 2020